ah der ultet da jetzt okay please drop tall or i'll ban you oh mein gott oh mein gott ich bin da ich hätte ich habe zu texte nicht weiter ja ist doch gut, jetzt krieg ich die Pots, Digga ach man, alter china, willst du irgendwann mal kinder kriegen bei Roy? was ist das für eine frage? ja einfach, einfach, einfach aus neugier das ist so toll, man oh damn stimmt china, ich habe dich das gar nie gefragt, ne? das ist eigentlich voll wichtig, also ne? hallo? ich weiß es selbst nicht ok also was ich weiß ist Kinder sind anstrengend yes aber ich liebe sie also so was wie ein babysitterjob lieben gerne keine ahnung keine ahnung auf Kinder von anderen aufpassen meine eigenen keine ahnung i'm telling Garen oh ich habe keinen hexflash wie sehr ey diese elo ist ein 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 also eine tortur unfassbar wot 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 die kill wir auch noch nein nein, dein font of life hielt mich komplett, aber dass ich jeden ks das ist das ist fucking cringe ok, ja? ja, literally DIGA MEIN RUNES sind schon wieder gecheckt DIGA, WHAT IS THIS? 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 wir jetzt ich kann ich seit acağız Ah, ja, genau. Die, ah, die. Äh, das ist gut, weil du mit mir spielst. Ja, ja, genau. Actually true. Weil ich sie, sie, sie für dich. Ja. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir hin. Ich muss ein bisschen chatten, damit ich Honos bekomme. Oh, oh, juicy. Und wie zeig ich gegen Shyvana im Hotlane. Hä? Wo, 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 what do you mean? Hey, die sind literally die Trollen. Boots Predator, Dig. Hast du ein Problem mit denen, oder was? Ich dachte schon, das kann doch gar nicht sein, dass du gewinnst. Die haben mich, die haben mich actually ge-edit, ne? Ja, das war super. Dann kannst du direkt, äh, die kleinen. Ich bad jetzt irgendwas. Ich bad mal Annie. Annie ist broken. Ich sag uns mal, dass Annie broken ist, Markus. Ja. Hier ist. Ja. Gehen noch mal Queues weiter? Genau. Das Ding ist, ich will sie nicht steigen, ne? Warum? Nicht jetzt. Wenn wir Minions drin haben, können wir es machen. Ach so. Okay. Das letzte Game. Für dich? Ja, ja, ja. Ich muss eine Pause machen. Ja, und warum? Die Games ziehen an meiner mentalen Gesundheit. Oh, Black, was hab ich genutet? Oh, Black, was hab ich genutet? Back off, back off. Fuck ey, du hast Shutdown abgegeben. Ich hab halt keine Mana. Ich renge auch nicht, Digga. Ich hab halt keine Mana. Ich hab literally, Digga. Jede Queue kostet mir genauso viel Mana wie viele Queues, Digga. Ich hab' das, Digga. Na, was ist das, Man? Das ist... Ah... Ah, nice queues, Bro. Nice queues. What are you saying? Gutes für Mana hast, Digga, Gutes für Mana hast. Gutes für Mana hast. Gutes für Mana hast, Digga. Gutes für Mana hast. Okay, das ist einfach kein Wort. Oh, Black, Hilfe! Äh, was? Ach so, das ist jetzt Iris. Ihr Apprentiator ist erst nach dem Tod gepockt. Ob ihr jetzt hilft was? Warte, 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 ich gebe dir... Nee, ich werde auf jeden Fall nicht warten. Ich gebe dir den Cannon Minion. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Was haltet ihr nachher von ein paar Entspannungs-Arams? Ja, können wir eigentlich schon machen. Ja, Entspannungs-Arams. Ja. Ich werde nicht tilten. Ich werde nicht tilten. Ich werde nicht tilten. Ich werde nicht tilten. Ich bin morgen da. Oh, guck mal, er steckt sogar nicht. Ich muss nicht die ganze Mini-Auptics denken. Oh, fuck. Ja, Jobane. GGs, AFK, Shyvana. Jedo, das picken die Gegner. Baros Exoost. Können wir die töten? Ja, dabei da. Du musst nicht weiter reingehen. Geh raus, geh raus. Oh, nein. Du musst, wenn du deine ganze CC-Combo durchgezogen hast, dann musst du nicht weiter auto-taggen, sondern direkt einfach hier... Oh mein Gott. Du kannst, du kannst ja hier einfach, ähm, am Rand stehen bleiben. Und wenn du den letzten Tauschschritt getankt hast, dann kannst du einfach rausgehen, weißt du? Okay. Ähm... Kann ich mit Shyvana, actually, auf Radiant gehen? Mit Leona? Äh, mit Leona. Nein. Solari. Solari. Solari? Ja. Oder Even Shroud. Alter. To get a tier... Deaar. Diii... What? Stacks. Barrier sind auch geil. Kann das nicht mal stacken, Dicker? Weil muss Mana usen. Ich kann stack it. Welchen Cutter könnte Mana-Iteams zunehmen? Oh. Wenn Seraphs Cutter mit Europa enden ist? Oh, okay. Das schreit ich mir ganz schön stark vor. Boom, meiner! Haha, nee, du kannst den nächsten stacken, ist ja egal. Ich hätte das an Kennen nicht mehr machen können, na? Weil wir so hart reinpushen. Nee, hätte ich das nicht mehr machen können. Ja. Damit wir töten den. Jetzt aber richtig. Oh, goddamn. Nee, nee, jetzt töten wir nicht mehr, nicht mehr. Geh raus, geh raus, geh raus. Ja, 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 alles gut, ich hab sie nicht attackt. Ich hab den Tower attackt. Mit Ult will ich sie nicht da. Ja. Digga, warum ist die so schnell, ey? Ihre Swifties machen sie ganz schön mobil. Die, 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 die Tabuos angemacht, man. Ja, dann ist sie ja noch schneller, kann ich sie gar nicht mehr hitten. Auf die Level 4 Lux. Bing, chilling, bing, chilling, bing, chilling. Boop! Guck, was ich gemacht habe, ich stand hier am Rand und hab getankt und dann konnte ich easy rausrennen und die Agro changen. Nice. Deswegen, also das war nicht absichtlich, ich dachte auch, dass du tankst, aber ja. Aber das hat genau das Prinzip, wie er gezeigt, was ich meinte. Gut schon. Na, ich... They won't have suffered 15. Da war das Recallchen auf, ich hab keine Menene. Oh! Angetickelt. Ja, du hast 100 Level 5. Hä? Du hast 100 Level 5 Recall. Ähm, ja. Ja. Ja, das auch. Was? Weiß nicht. Ich bin... Jedes Season on the Level 5. Aber du zockst auch nur auf den Account, ne? Ja, Digga, ey, das ist noch nicht sein Ernst. Ich hab noch ein paar Accounts. Auf den zockst du nicht, ne? Äh, kaum im Moment. Ich spiel so lieber auf dem Main. Ich spiel so lieber auf dem Main. Hast du eh? Oh. Mh, nein, weil Luchs mich sissied hat. Scheiß auch nicht genau. Warte, lass hier runter. Lass hier runter. Ich hab das Luchs. Was hier rechts rum? So, ich dachte, ich fahr auf dich. Dies hier? Okay. Ich kümmere gleich auch da, wenn wir nicht reingepusht hab. Oder wir können auch direkt da, wenn wir ein Territisch gesehen. Geh mal rein. Hast du weh? Da hast du gerade keine Queue ab. Ups. Boah, was ist das denn? Ich hab getraut. Ah, Digitier. Ey, Markus, Digitier-Item-Burrier. Ja, die sind ah, Mann. Der ist doch voll der King. Digitier, das ist noch nicht dein Ernst, Mann. Wie soll ich denn das Game gewinnen? Okay. So cringe, Mann. Ich will gar nicht Trial an. Ich hab eigentlich noch ein Triliges Game. Aber geht wohl nicht. Das geht wohl leider nicht. Ja gut, aber die Schwaner trollt, come on. Die Leute liebt er das über Evelyn. Keine schreibt mir das über Evelyn. Und die Syrah ist recht. Das ist huge. Aber wir wollen auch. Ja, Syndra war es. Ja, Syndra war es. Ja, ganz schön. ich will die luchs irgendwie nicht mehr sein was das letzte mal er ist vielleicht einfach wenn wir nicht auf den jungs dort haben sie vergisst wie schnell leona actually wurz weg machen kann sie hat wieder geburt ich wollte die alles gut kann es wieder raus tja luchs bin trotzdem besser als du die sarah kommt außer jetzt so witzig markus ist jonas eigentlich ein npc mein mitbohr er macht auch nicht so wie ich das geld also nie also er macht alibi mäßig was also gleich gleiches semester ich erzähle ich doch immer schämmer aber eigentlich interessiert ich das nicht ja genau das ist auch sehr sehr confusing ja genau das darf man niemals vergessen ich kann einfach im erst decken der nice guy am tanken sehr 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 confusing wir können die nicht erst decken und zwar nur noch geht einfach rock bild jedes mal wenn du von jetzt wenn du von von alex oder von jonas redest muss ich erst mal drei muss erst muss das erwarten bis zum satz vollständig dass ich weiß ja genau damit es aus dem kontext aussehen kann genau jetzt 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 Und warum stirbst du da? Auch nicht. Wir treffen eine Rohr, bro. Nein. Nice damage. Hast du ihn bekommen? Yes. Der Twitch ist doch so used, dass der da achtmal ulten kann. Okay, das wird ein Hubschrauber. Ja, come on, bro. Ja, come on. Ich liebe Syndra, Mann. Es macht so Spaß wegen Syndra, Digga. Mit fucking Burial. Das war so Bock. Ich will sie ulten. Ich will sie ulten. Genau. Ja. Und was macht die Gwen eigentlich? Ja, die kannst du froh, dass ich Duo-Cure spiele, sonst hätte ich die jetzt geintet, diese Hure. Unfassbar, Digga. Unfassbar, dass das ein menschliches Wesen sein soll. Ey, vielleicht machst du es, es ist der, es ist der, es ist der, es ist der, das kann drücken. Der Gwen. Ah, die Recall, oh mein Gott, das ist so lost. Mach mal auf langsam. Du kannst das tanken, gerne. Oh Gott. Was macht denn mein Name? Kurz nehmen. Ja, genau, meine ich die 1, 2, ja, das ist halt, ich bin schon besser, was ist jetzt? Hast du trotzdem nicht verloren? Nee, aber ich bin sehr weak, ich musste mich jetzt auf Team-Mates verlassen und das ist sehr bad, weil ich vor allem, weil ich eine Fälle tiefer aus hab, in Platin Elo. Ja, es ist nah. Mhm. Boah, ich hab kein Mana. Boah, ja, Jobana, ey. Der, die, die spielen auch nicht mit uns irgendwie. Einerseits ist die Gwen einfach komplett weg, dann ist der nur irgendwie random wie bei den Crux am Farm. Twitch macht auch Negative Damage. Ey, geh da raus, geh da raus, geh da raus, pass auf. Ja? Ah, scheiß drauf. Kriegt ja beide. Nice. Okay. Nice. Ähm, für was bin ich gemacht? Zum CC? Ich bin CC-Bot, oder nicht? Ja. Also im Endeffekt... I don't know. Mir ist scheißegal, ob ich sterbe, wenn die sterben. Warum macht ihr das? Die haben grad zwei für eins getradet. Hä? Bitch. Pass auf, die kommen... Ja. Aber ich versteh nicht, warum der Nunu den scheiß Drake nicht machen will. Ich weiß auch nicht. Warum ist der so wichtig eigentlich? Was ist denn? Fucking Fire Dragon, wir haben Kartus. Hextack Dragon wäre auch geil auf dir gewesen. Oh, mein Gott ey. Läscht halt einfach. Ja, er denkt halt, es ist witzig jetzt auch zu trollen, ne? Weil die Enemies trollen... Jetzt, das Game einfach even, ne? Das ist halt das Lustige, ne? Ja. Lass mal löschen. Okay. Ja. Ja, wo ist eigentlich das Team, Digga? Mit barhliger! coordination durch ist Addressing. Wenn es handlicher ist, geht das Sauberatmoferol an. Wie können wir den Sp observed oder Gnash snangen. Glocke入aten bekommen. Also 34. Das war Tampen. er will top lane gehen er denkt er ist so witzig ja okay dann dabei egal ich kann ihn tanken ja wir können ihn nicht machen lukts ult gleich einfach wieder wir haben jetzt twitch twitch macht mehr damage als lukts ult ja hoffentlich ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob ich war hast du ein rettinket oder ein rettinket an ich bin gleich wieder da da hat das will ich doch alles nicht bauen mann hier danke warum ich verstehe es einfach nicht aber pass auf ist er noch nicht da ach ja ja war die ist so useless auch der du so useless irgendwie ich bin gleich wieder da ich muss das kriegen keine ahnung ich weiß nicht ich gehe rein ich kann es ewig lange tanken ja aber irgendwie können wir nichts machen weil die packen am tollen sind wir waren jetzt dritt gegen fünf weiß ich feiner ja warte ich bin gleich wieder da ja ja wenn ich auf karbon bringt ja eh nix gleich ich kenne den name von dem von dem loomser so ein npc name lionel messi 10 ja 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 Ja, was will denn jetzt für mehr ein bisschen weg? Ah, das ist scheiße. Ach. Bist so useless mit ihrem Flash, Digga. Hat die Flash auf Gwyn? Ja, und Ignite. Ah. Jetzt hab ich wieder alles gesehen, Digga. Ja, wir brauchen schon Ghosts auf Gwyn. Du musst das Spell auch gewinnen. Oder? Willst du auch sagen, oder? Mhm. Hi. Hi. Du bist tot. Der war ja der Snapdragon. Ich komm. Ach so, du bist hinten. Ich komm. Ach so, du bist hinten. Wir können nicht dranken, glaub ich. Ich hab da. Doch, komm komm komm. Machen wir. Yves ist hier. Pass auf Yves. Twitch ist gleich da. Das sind alles NPCs, Elisa Hedl. Das ist ja kein Grund. Ist egal wie schlecht das Game läuft, das ist in Autoronen einfach mal. Weil die so schlecht sind. Crazy shit. Ich kann ihn halt schon saven. Ich kann ihn halt schon saven. Aber, hm. 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 Kein Nunu hat halt keinen Bock. Okay, ich brauche 700 Gold. Ich kann mir halt für euch ein bisschen Mars holen. Ja, das war exaktisch heftig. Ja, ja, das mache ich doch, mir fehlen noch 700 Gold. Markus. Ich verliere gerade das Game, halt's Maul. Okay, okay. Ich sag's dann gleich. Was willst du sagen? Guck dir einfach mal dieses Setup an von dieser Seraphine. Weiter erstmal. Wenn du stirbst. Wenn du stirbst. Das ist irgendwie häufig nicht damage. Ja, die sind auch alle Full-Tank gerade. Nimm nicht den Kill jetzt. Okay. Hä, es wurde abgebrochen. Hä, warum? Warum? Warum wurde dein Old abgebrochen? Weiß ich nicht. Oh, du bist halt Leandris verreckt. Aber ich bin ja schon tot gewesen. Nee, du warst nicht tot. Ich war nicht tot. Ich wurde nicht tot, nein. Oh lol, das wusste ich gar nicht, dachte ich bin tot gewesen. Es wurde wegen Leandris abgebrochen. War wegen Chillen einfach tot, doch. Markus, guck mal. Ja. Guck mal die Syndra an, Dig. Seraphs, Crown, Resolve, Barrier. Einfach cringe, Digga. Einfach cringe, man. Auf Syndra, Digga. Die denkt auch, die ist... Keine Ahnung. Was dein Idiot-Stil ist. Gigabing-Schlink. Crown ist auch so useless, by the way. Das ist richtig useless. Das ist einfach nur ein Cringe-Item, by the way. Ja. Das ist das most useless-Item, was ich niemals gesehen habe. Also... Das ist vielleicht gut gegen... Die gehen alle full im Ergograf, by the way, ne? Jeder von denen hat... Geht grad in Force of Nature oder hat schon ein Force of Nature? Ich hole mir jetzt noch ne Spirit-Visage. Und dann... Hab ich ja mehr gestackt. Das Game ist so cringe, man. Ja. Ich bin nicht da. Ja. Ich bin nicht da. Das ist ein Normal-Game. Achso, du meinst die Ellie. 22. Nein, jetzt nochmal mehr. Besser. Hier, 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 hier. Oh. Du kriegst jeden einzelnen Film, ich kratze komplett aus. Weil ich explodier gleich verwohlt. Ich bin aber auch Tänke des Todes, ne? Ich explodier. Ja, aber es kann ja nicht sein, Digga, dass du irgendwie die 200-HP-Arkali die grad wegulted mit einer, 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 eh tötest, Digga. Oder 300-HP oder was doch immer das jetzt gerade war, Digga. Digga, der Jungs ist, leg, wache, Jungs ist da, Digga, was ist, Digga? ja aber die ja auch digga aber die sind auch noch am tollen digga ja aber es ist trotzdem abpackt digga ich möchte in ruhe einfach zocken wir haben ähnlich ein inept digga und jetzt sterben wir und verlieren den ist die soul by the way und er ist einfach am big chillin potlern big chillin markus das schon mal ein game gewonnen auf kathos ja voll viele ja fragt mich nicht die haben von anfang an getrollt die trollen aber unser nun und dann haben kann da ist das macht die wende achtet immer heute dreht immer ghost oder so ist es das ist genau kannst du ihn glaubt zu gucken heißt auf twitch weg noch mal gar keinen bock die erben tüttet mich jetzt er ist so ein interner dieser bronze spieler spielt solo normal games gerade einfach mit gwen poplane digga um uns zu trollen weil ich gesagt habe pick noten don't pick full ap und jetzt hat er full ap gepickt digga macht so eine cringige scheiße einfach ist das die sara für die fliegel tempo sei ra meinst du alter weil ich will tempo was so wie das denn sonst irgendwie muss ja jetzt dann gekämpft gegen digga da erlass jetzt nicht mehr schmerz hat aber geil ist das ist das mal raus oder finde ich schon glaube ich oder so und nicht dass wir für mich ich hab so die schnauze voll dass ich den tower eigentlich liebsten tanken hallo ist mein apc aber das wünschen du bist gestorben du kannst du es überhaupt enden mit deinem kannst du es überhaupt enden mit deinem kannst du es überhaupt enden du hast null damage am nächsten ist null ja zum Glück definitiv das ich hab die ganze zeit im holz du hast doch gewonnen, was ist denn ein problem? wie bitte? du hast doch gewonnen, was ist denn ein problem? digga digga sein problem ist, dass ich einen haufen kills gekriegt habe das ist so schön ich habe die ganze Zeit